Das ist Max. Er hat ein Problem. Max möchte eine bestimmte Kalkulation in Excel machen, doch er weiß nicht mehr, wie das geht. Das ist Lisa. Lisa ist Max' Kollegin und kennt sich sehr gut mit Excel aus. Sie zeigt Max, wie er sein Problem lösen kann. Es dauert etwa eine Viertelstunde, bis Lisa Max erklärt hat, wie es geht. Viele Kollegen von Max und Lisa an anderen Standorten der Firma haben die gleiche Frage. Doch nicht immer haben sie eine Kollegin wie Lisa vor Ort, die ihnen das direkt zeigen kann. Damit auch die anderen Kollegen von Lisas Wissen profitieren können, erstellt Lisa kurzerhand ein Erklärvideo mit QWi. Sie bearbeitet es, fügt Texte hinzu und stellt es auf der QWi-Videoplattform ein. Da freuen sich die Kollegen. Innerhalb kürzester Zeit haben auch sie verstanden, wie sie die Kalkulation in Excel hinbekommen. So wie Lisa haben auch schon viele andere Mitarbeiter Videos bei QWi eingestellt, um ihr Wissen im Unternehmen zu teilen, sodass sogar weltweit alle Mitarbeiter davon profitieren können. Smarte Sache, oder? QWi kann man überall und jederzeit auf jedem Endgerät nutzen. Im Büro, unterwegs oder im Homeoffice. Mit QWi kann wichtiges Wissen verständlich aufbereitet werden. Es ist mit QWi jederzeit und überall abrufbar und es kann sich dynamisch entwickeln. QWi – The Smart Video Platform QWi – The Smart Video Platform QWi – The Smart Video Platform QWi – The Smart Video Platform